Man spricht davon als die Architektur des Universums und sogar als Fingerabdrücke der Götter. Heilige Geometrie findet sich in der gesamten Natur. In der Tat ist sie überall um uns herum ein Aspekt der wahren Matrix, sofern du Augen hast, um sie zu sehen. Sie ist auch eines der ganz wenigen Themen, welches sich gleichzeitig sowohl auf das Denken der linken Gehirnhälfte als auch auf das Denken der rechten Gehirnhälfte beruft. Das befriedigt das Bedürfnis der linken Gehirnhälfte nach logischen, sequentiellen und objektiven Daten oder einfach gesagt die Teile zu betrachten. Es befriedigt auch das Bedürfnis der rechten Gehirnhälfte nach zufälligen, intuitiven und subjektiven Daten, also das Ganze zu betrachten. Es ist einfach nicht möglich, alle Aspekte der heiligen Geometrie abzudecken. Menschen haben ihr gesamtes Leben damit verbracht, über nur einen Aspekt der heiligen Geometrie nachzudenken, wie etwa ein Rabbi, der den kabbalistischen Baum des Lebens studiert. Ich werde mein Bestes geben, um dich in die Grundlagen einzuführen und hoffentlich dich dazu anzuregen, eigene Forschung zu betreiben. Der einzig logische Punkt, um zu beginnen, ist dort, wo die Natur ihr erstes Muster schuf. Natur kann man auch mit Gott oder Geist ersetzen, was immer dein bevorzugter Begriff ist. Es spielt keine Rolle. Beschreiben sie doch alle dieselbe Realität, die wir miteinander teilen. Es ist auch interessant zu erwähnen, dass die Genesis der Bibel im Wesentlichen genau diesen Prozess beschreibt, den ich dir gleich zeige. Jedoch sollte dazu gesagt werden, dass dieses Wissen höchstwahrscheinlich von den altägyptischen Mysterienschulen genommen wurde und seinen Ursprung nicht in der Bibel hat. Am Anfang war die Leere und in dieser unendlichen Leere ist der Geist Gottes. Dieser Geist hat bisher noch nichts manifestiert. Also das Horusauge, welches ich hier verwende, um den Geist Gottes zu repräsentieren, ist keine Wirklichkeit. Mit anderen Worten, Gott und die Leere sind im Grunde eins. Ganz offensichtlich kann ich euch die Einheit von Gott und der Leere nicht zeigen, da sie nicht gleichzeitig dargestellt werden können. Das ist das Wesen der Leere. An diesem Punkt gibt es keine Dimensionen oder Raum und es gibt keine Zeit. Und es gibt auch nur zwei Möglichkeiten für Gott, im Zustand der statischen Omnipräsenz zu verbleiben oder damit beginnen zu erschaffen. Gott wird schließlich irgendwann mit der Schöpfung beginnen, aber da es keine Zeit gibt, ist es irrelevant zu fragen, wie lange es gedauert hat, bis Gott entschied, mit der Erschaffung der Realität zu beginnen. Okay, also jetzt hat Gott entschieden, mit der Schöpfung zu beginnen. Aber bevor das geschehen kann, muss Gott zuerst die Leinwand erschaffen, auf der er sein Meisterwerk malen wird. Das erste, was Gott tut, ist die drei Dimensionen zu erschaffen. Gott tut dies, indem er einen Bewusstseinsstrahl von einem Punkt aus in alle sechs Richtungen projiziert. Vorwärts, rückwärts, links, rechts, oben und unten, in gleichem Maße. Beachte, dass die Leere unendlich ist und dass Entfernung noch nicht definiert wurde. Es tut also nichts zur Sache, wie weit die Strahlen vom Punkt aus projiziert wurden. Das macht keinen Unterschied. Du musst auch verstehen, dass das, was ich hier grafisch darstelle, keine Realität ist. Sprich, die erschaffenen Strukturen sind in keiner Weise materiell. Es sind imaginäre Linien, sie sind pures Bewusstsein. Du musst das Video möglicherweise öfters pausieren oder mehrere Male anschauen, bevor die Schlussfolgerungen daraus für dich wahrnehmbar werden. An diesem Punkt ist Gott auf halbem Weg zur Erschaffung des Raumes. Um diesen Prozess abzuschließen, muss Gott ein paar Grenzen definieren, denn wie ich zuvor erwähnt habe, ist die Leere unendlich. Und wenn keine Grenzen definiert sind, dann bleiben relative Bewegungen des Bewusstseins unmöglich. Um Grenzen zu definieren, muss Gott nur Folgendes tun, nämlich jeden Punkt mit jedem anderen Punkt zu verbinden. Das Schöne daran, tatsächlich der gesamte Vorgang an sich ist, dass Gott keinen Fehler machen kann. Es ist einfach unmöglich. Sobald alle Enden verbunden sind, erhalten wir einen Oktaeder, welcher von der richtigen Position aus betrachtet ein Hexagramm zum Vorschein bringt, auch als Davidsstern bekannt. Nun, da einige Grenzen definiert wurden, sind relative Bewegungen möglich. Der einzelne Punkt des Bewusstseins kann sich nun von der Position wegbewegen, wohingegen es vorher ja nichts gab, zu dem man sich in Relation bewegen konnte. In der Bibel wurde Eva angeblich aus Adams Rippe geschaffen. Offenkundig hat dies keine Relevanz zur heutigen Welt, außer vielleicht bei unnatürlichen Methoden zur Fötuserzeugung. Aber wenn man diese Geschichte mit dem nächsten Schritt in dem Prozess vergleicht, dann kannst du damit anfangen, die Idee zu verstehen, dass die Bibel vielleicht nur eine exoterische Neuschöpfung eines älteren esoterischen Wissens ist. Der Oktaeder besteht ausschließlich aus geraden Linien. In der heiligen Geometrie werden gerade Linien als männlich angesehen und gekrümmte Linien als weiblich. Also an diesem Punkt haben wir eine rein männliche Form. Deshalb halten die Freimaurer das Männliche für das erschaffende Prinzip. Der nächste Schritt beinhaltet die vollständige Drehung des Oktaeders um alle drei Achsen, die zuvor definiert wurden. Nochmal, es kann kein Fehler gemacht werden. Es ist egal, in welche Richtung er gedreht wird und in welcher Reihenfolge die Achsen gewählt werden. Das Endresultat wird immer sein, dass die Eigenschaften einer perfekten Kugel aufgespürt, aufgezeigt werden. Nun haben wir eine rein weibliche Form. Eva wurde nun aus Adam erschaffen. Gott hat nun eine perfekte runde Membran erschaffen und wieder bleiben nur zwei Optionen. Entweder bleibt es statisch und erforscht diese imaginäre Form bis in alle Ewigkeit oder kann den bisher beschriebenen Vorgang wiederholen. Der einzige Unterschied ist, dass Gott jetzt einen Bezugspunkt hat, die sphärische Membran, um darin den Vorgang zu wiederholen. Es macht keinen Unterschied, an welcher Position auf der Membran der Vorgang gestartet wird, ist es doch eine perfekte Kugel und somit sind alle Punkte identisch miteinander und es kann nichts falsch gemacht werden. An diesem Punkt weiß Gott nur zwei Dinge zu tun, einen Oktaeder projizieren und eine kreisrunde Membran zu erschaffen und seinen Punkt der Aufmerksamkeit auf dieses Neuerschaffene hin zu bewegen. Der nächste Schritt wird in der Genesis der Bibel beschrieben und demnach spricht man bei diesem Vorgang üblicherweise vom Genesis-Pattern oder auch dem Samen des Lebens. Also bewegt sich Gott zur Oberfläche der neu geschaffenen Membrane und beginnt mit der Projizierung eines weiteren identischen Kreises. Genesis Kapitel 1 Vers 2. Gottes Geist schwebte über dem Wasser, Gott sprach, es werde Licht. Dies hat eine ganz spezielle Form geschaffen, genannt Vesica Piscis oder Fischgefäß. Diese Form findet sich zweimal in deinem eigenen Körper. Die Erscheinung des menschlichen Auges hinter den Augenlidern und auch die Linse innerhalb des Auges, welches das Licht fokussiert. Die Aussagekraft dieser Verbindung demonstriert sowohl eine Linkshirn- als auch eine Rechtshirn-Idee und es hat mich auf jeden Fall schockiert, als ich zum ersten Mal damit Bekanntschaft machte. Nochmal, Gott hat nur zwei Optionen, bewegungslos bleiben oder eine weitere Sphäre erzeugen. Um die dritte Sphäre zu erschaffen, bewegt sich Gott zu dem, was neu erschaffen wurde, nämlich diesem Kreisäquator, der von den zwei sich überschneidenden ursprünglichen Sphären erzeugt wurde. Und nochmal, es ist egal, an welcher Stelle Gott den Mittelpunkt der dritten Sphäre bestimmt, da alle Punkte darauf identisch sind. Nachdem die dritte Sphäre erschaffen wurde, gibt es nur noch eine Regel, an die sich Gott für die Erschaffung der restlichen Sphären hält, welches die erste Stufe dieses Schemas vollendet. Die Regel ist, bewege dich immer zu den innersten Punkten, bevor du eine neue Sphäre projizierst. Daraus resultiert ein perfekter Vorgang und das verhindert, dass ein chaotisches Wirrwarr erzeugt wird. Bei der Erschaffung jeder neuen Sphäre werden mehr und mehr Strukturen bzw. Informationen verfügbar, so wie die zuvor erwähnte Form des Wesikapiskes. Die darin enthaltenen Strukturen nach jeder neu hinzugefügten Sphäre sind viel zu umfangreich, um sie hier detailliert abzuhandeln. Bleibt zu sagen, nachdem in einer wirbelnden Bewegung sieben Sphären geschaffen wurden, erhalten wir als Resultat die Struktur, die als Same des Lebens bekannt ist. Diese einfache Struktur bildet die Grundlage für die Erschaffung aller Materie und des Universums an sich. Sie lässt auch eine Form entstehen, die als Röhrentubus bekannt ist, wenn die Struktur um einen zentralen Punkt herum gedreht wird. Dies ist die einzige existierende Form, die sich in sich selbst verschränken kann. Sie setzt sich aus sieben identischen Segmenten zusammen, die sich optisch mittels der sieben Farben des Lichtspektrums darstellen lassen. Der Same des Lebens ist noch nicht das vollständige Muster. Es gibt noch zwei Schritte zu tun, von denen jeder eine neue Ebene freilegen wird und ebenso einen neuen Satz an Mustern und Informationen. Der Regel folgt sich immer zum innersten Punkt zu bewegen, bevor projiziert wird. Er schafft Gott sechs weitere Sphären auf der bereits vorhandenen Same des Lebens Struktur. Diese Bewegung wird oft als die zweite Wirbelbewegung bezeichnet. Dieser Vorgang wird noch einmal wiederholt. Die dritte Wirbelbewegung, welcher nun die nächste vollständige Struktur entstehen lässt, bekannt als die Blume des Lebens. Dieses Muster wird in der gesamten antiken Welt gefunden, aber die älteste Darstellung wurde im Osiris-Tempel in Ägypten gefunden, in das Granitgestein geritzt, mit einer der modernen Wissenschaft unbekannten Technik. Nochmal, wenn wir durch zwei weitere wirbelartige Bewegungen gehen und weitere Sphären der Blume des Lebens hinzufügen, erreichen wir schließlich die nächste neue vollständige Ebene, die finale Ebene, die Frucht des Lebens. Gott ist nun fertig mit der Erschaffung des Musters, welches als Vorlage für alle materiellen Dinge benutzt wird. Bedenke, dieses Muster ist immer noch völlig imaginär, nur Bewusstsein an diesem Punkt. Du beginnst möglicherweise nun, die Grundlage der Idee zu begreifen, dass wir in einem holographischen Universum leben. Alles kann auf zwei Dinge reduziert werden, Struktur und Bewusstsein, obwohl ja auch die Struktur durch das Bewusstsein hervorgebracht wird. Es ist ein lustiges Gefühl zu wissen, dass man eine Schöpfung von Gottes Bewusstsein ist, in Anbetracht dessen, wie solide und real die physische Welt erscheint. Im nächsten Video werde ich näher auf einige der Muster und Informationen eingehen, die in den Formen enthalten sind, die in diesem Video gezeigt wurden, und wie dieses fundamentale Muster, der Natur erstes Muster, die Materie entstehen lässt und wie es eng mit vielen Aspekten der physischen Welt eingebunden ist.